Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video. Diesmal geht es um die Kostenkehrer, also wir sind bei der Wirtschaftsmathematik, Kosten- und Preisteorie. Was wollen wir diesbezüglich wissen? Die Kostenkehrer ist bekanntlich ja nichts anderes als die Wendestelle der Kostenfunktion. Das heißt, wir berechnen sie, indem wir die zweite Ableitung der Kostenfunktion gleich 0 setzen. Aber worum es mir jetzt in diesem Video geht, weil k2' von x ist gleich 0, das steht in jeder Formelsammlung drinnen, wir können die Kostenkehrer natürlich auch ablesen. Einerseits in der zweiten Ableitung, indem wir einfach die Nullstelle rauslesen, aber wir haben auch die Möglichkeit, die Kostenkehrer anhand der Grenzkostenfunktion, also in der ersten Ableitung abzulesen, oder an der Kostenfunktion selbst. Wenn wir uns jetzt die Kostenfunktion k von x hernehmen, dann müssen wir einfach nach der Wendestelle suchen, also jener Stelle, bei der die Krümmung vom degressiven ins progressive, also von der negativen Krümmung, in die positive Krümmung übergeht. Dort an dieser Stelle liegt unsere Kostenkehrer. Das heißt, man kann zumindest näherungsweise auf jeden Fall anhand der Kostenfunktion auch die Kostenkehrer rauslesen. Und ähnlich ist es dann auch mit der Grenzkostenfunktion, also k' von x. Auch hier kann man die Kostenkehrer rauslesen. Das sehen wir jetzt hier recht gut auch. Es ist nämlich anders als der Tiefpunkt der Grenzkostenfunktion, weil ja die Kostenkehrer die Eigenschaft hat, dass dort die Steigung der Kosten am geringsten ist. Das heißt, unsere Steigung, also die erste Ableitung der Kostenfunktion, muss hier natürlich dann einen Tiefpunkt haben. Und entsprechend haben wir hier dann eben auch die Möglichkeit, anhand der Grenzkostenfunktion die Kostenkehrer abzulesen, indem wir einfach schauen, wo ist der tiefste Punkt von der Grenzkostenfunktion. Hier auch noch gleich ein kleiner Hinweis. Die Grenzkostenfunktion muss natürlich immer oberhalb von der x-Achse sein. Das heißt, hätten wir jetzt eine Grenzkostenfunktion, die unterhalb von der x-Achse ist, zeitweise zumindest, würde das bedeuten, dass wir natürlich zwei Nullstellen hätten in der Grenzkostenfunktion. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Kostenfunktion selbst Extremstellen hat, was nicht sein kann, weil es kann nicht sein, dass es einen Tiefpunkt gibt bei den Kosten, denn die Kosten müssen ja permanent weiter ansteigen. Aus dem Grund ist die Grenzkostenfunktion immer oberhalb von der x-Achse, hat aber trotzdem einen Tiefpunkt, also den geringsten möglichen Anstieg, was die Kosten anbelangt. Und genau das ist die Eigenschaft von der Kostenkehrer. Dort bei dieser Stückzahl steigen die Kosten am geringsten an. Das war es somit eigentlich auch schon wieder zur Kostenkehrer. Wir sehen uns sicherlich in einem der anderen Videos wieder.